moin leute und herzlich willkommen zurück zu fast vor mir ich habe spaß mitgebracht jetzt hast du beide taschenlampen ich habe keine gute wir sind gestorben ich nehme ich nehme die scheiße er da kannst du auch was dazu ich habe auch was hinzugefügt aber es bringt ja nichts wenn du tot warst also wenn ich bin so startet kannst du werden so den schlüssel habe ich in der garage ja das ist ja wie am anfang hier ja alles auf anfang obwohl diese obwohl diese taschenlampe gruseliger ist weil die so ein komisches geld hat back to the boots du machst ja schon strom stettings ja jetzt habe ich nicht mein thermometer ich bin richtig verwöhnt ich habe 8 grad 4 grad in der küche hier ist im f2 warte ich will nur noch einmal kurz was testen hier handabdruck verdammt alles auf einem fleck ja ich habe hier auch ein grad gehabt hier vorne an der kellertreppe so hier habe ich 3 grad ja also der flur hier ist der knochen reach hybrid handabdruck im f2 ja so jetzt sehe ich auch was ich habe nur die uv und die macht nicht besonders also die hat keinen guten lichtkegel gefrierte jasmin haben wir gefriertemperaturen der imf ist mir runtergefallen leg den mal hier auf den trockner hä aber so kalt ist das hier gar nicht ich habe jetzt hier 6 grad wer kann ich da eh nicht mit reinnehmen oder dots projektor box ja ich bin schon auf dem weg ich habe gerade bei mir laut gedacht das funktioniert denn ja ok ich mache jetzt erstmal das ich packe hier heute richtig die skills raus wie hast denn du einen handabdruck gesehen haben wir zwei uv lampe ich habe da eine uv lampe extra hingeschmissen ja ich habe nämlich auch eine weil das alles was ja alles die habe ich hingeschmissen nein ich habe auch eine jasmin ja wir hatten zwei dann anscheinend ja wie oft ist euch das schon passiert dass ihr die runde gestartet habt und ihr so ja kacke ich habe gar nix mitgenommen bestimmt auch schon ne bestimmt auch spätestens nach dem letzten update da ist das vorgekommen hast du ein buch wieso haben wir zwei bücher aber nicht eine taschenlampe das ist glaube ich die normale ausstattung und warum haben wir nur eine kacktaschenlampe und ich habe keine kacktaschenlampe wir haben sogar zwei geisterboxen jetzt hier drin ähm der name war keith johnson keith kannst du bitte ins buch schreiben bitte kannst du mit mir reden ja ist ja geil wir haben nicht mal ne kamera nicht wie alt bist du hält der mensch ich habe doch eine da hast du schon dort nö dort habe ich nicht habe eine kamera nur dann noch hier machen seit oder was in der räucherstäbchen wir können auch keine quest machen wir haben ja nix oder trotzdem kannst du auch die quest machen salz hätte man doch hin streuen können wieso haben wir salz im auto naja salz ist drin aber wir haben die salz quest nicht ja aber zumindest haben wir an salz gedacht falls wir mal ein ei kochen wollen oder so aber warum mache ich den eigentlich immer daran ja mach den mal irgendwie keith wie alt bist du wir könnten das breacherbrett nehmen dann wird es schneller gehen ja gönn dir ja aber wir haben noch gar keine beweise außer fingerabdruck und gefriertemperatur ja sind zwei von drei aber wir haben ja keine hast du recht keith johnson hattest du geisteratem oder was habe ich gesagt gefriertemperatur ne hatten wir gar nicht ne ne die fingerabdrücke hatten wir nur die fingerabdrücke die kamera wackelt ja kannst du die mal anders stellen bitte kleinen moment nö 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 das licht ist aus der strom ist aus mhm ahso strom ist wieder an danke keith sehr nett die muss aber kurz zu bleiben Buch geschrieben? Nee. Licht ist wieder aus? Nee, das ist so dunkel hier drinnen. Ach, ist das Licht hier etwa mit der Tür gekoppelt? Nur wenn die Tür auf ist, ist es hier hell. Mach mal, kannst du das... Die Kamera hat sich gerade bewegt. Irgendwie ist das so tief, glaube ich. Die steht auf dem Wäschekorb. Ja, ich weiß nicht, wohin. Die wackelt voll, wenn du gehst. Hat der ein Buch geschrieben? Nee. Ich bin, dass ich fett bin. Nö. Ja, zwei zur Auswahl. Ach, so ist besser. Keith, schreib ins Buch. Oh, er schreibt ins Buch. Ja? Ja, ich hab keine Kamera. Das ist ein Buch. Okay, also das Buch. Beweise. Fingerabdruck und Buch. Heute, Geist, Dämon, mein Ling. So, Dämon, wer gibt's dir, ne? Ja, weiß nicht, hatten wir ja nicht. Hast du gesagt, haben wir nicht, ne? Ach, da. Ähm, Gefriertemperatur. Ne, haben wir bis jetzt nicht gehabt. My Ling wäre... Ähm, klar, Moment. IMF 5. Ja, war 0,2. Und, dann haben wir noch den Poltergeist und der hätte die Geisterbox. Hast du die drin? Ja. Ja, ja, zwei Stück. Vielleicht. Ah. Also, IMF, Gefriertemperatur. Ne, Quatsch, IMF nicht. Was hab ich gesagt? Gefriertemperatur, Geisterbox und... IMF. Aber es gibt mir wieder nur ein IMF 2. Ja, sag ich doch, IMF ist es nicht. Glaub ich nicht. Könntest du den IMF-Sensor auf 5 ausschlagen lassen? Ich glaube, das ist, äh, die Box. Meinst du? Zwei drin, ne? Geese, wie alt bist du? Kannst du mit mir reden? Kann ich dir helfen? Geese? Johnson, oder? Ja. Heath Johnson? Kannst du mit mir reden? Haben wir auch ein Fotoapparat im Auto? Warte. Der hat zwei sogar. Ja, ich hol dir mal wegen Fotos. Ich nehm beide mit. Ich bring beide. Okay. Heath? Äh, brauchst du Hilfe? Möchtest du mit mir reden? Hm. Scheinbar nicht. Ja. Heath stinkt. Ja? Auf der Dings. Ja. Oben bei der Box. Ah. Danke. So, jetzt wird hier erstmal investigativ gearbeitet. No. Keith? Kannst du sowas sagen wie... Oh, come. Oh, come. Aber wir können die ja immer nicht. Hm, hm, hm. Hm. Gut, keine Box, kein IMF. Äh, wir sind halt auch so... ...schlecht ausgestattet. Na ja, das Thermometer. Na ja, das Thermometer hat das Fläger. Ja, Gefriertemperatur ist aber eigentlich raus, würde ich sagen. Heath, kannst du die Heizung ausmachen? Wie kalt wird das hier drin? Aber hast du... Du hast doch das Thermometer da, oder? Ja, ja. Aber ich hab hier... Wie geht auf? Hm, keine Temperatur eigentlich. Heath, schreib ins Buch. Ich denke ja, das ist die Box, ey. Wenn du so sagst, schreib ins Buch, dann droppt die Temperatur meistens. Drop, 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 drop. 2,5. Keith, kannst du ins Buch schreiben? Hat er doch schon, oder nicht? Ja, ich weiß. Ich verarsche ihn gerade. Mach ihn mal richtig sauer. Wo ist denn das andere Buch hin? Da. Keith, schreib ins Buch. Oder warte, ich tausche die einfach mal. Weißt du, der schreibt doch mal rein? Keine Ahnung. Keith, schreib ins Buch. Das wäre ja witzig, ne? Können wir das auch fotografieren? Keith, schreib ins Buch. Ich glaube, das ist so ein Programm, das ist dann nur ein... Oh, was war das denn? Licht flackern. Ach, dein Arm. Keith, schreib ins Buch. Hier, guck mal, mein Penis. Ah. Geh mal weg, ich seh nix. Schlingeldingel. Schlingeldingel. Na, ob seh ich jetzt aber auch nicht. Keith, bist du hier? Keith Johnson? Oder die fliegen weiter oben. Ah, kill hat er ge... Oh, 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 das darf ich nicht so laut sagen. Sag ich doch, Box. Jupp. Ja, Poltergeist. Aber du hörst ja nicht auf mich. Wenn's die Box ist, wär's der Poltergeist. Poltergeist. Können wir noch irgendwas fotografieren? Nö, ne? Polterstäbchen. Haben wir auch ein Kreuz? Oh, wow. Alter, ich guck mal, ob ich ein Foto von ihm kriege. Er ist nur am Labern. Wir haben kein Feuerzeug. Hm. Dann können wir das mit den Räucherstäbchen vergessen. Das kannst du vergessen, Alter. Ja, Alter. Das ist wirklich ein Krieger. Okay, warte mal. Keith Johnson, erscheine. Keith Johnson, erscheine. Johnson, Keith, erscheine. Mr. Johnson, Keith, erscheine. Zeig dich. Komm raus. Wo bist du? Vielleicht bringt er dich um. Du alter Schlüpperganove. Schlüpperganove. Keith? Keith Johnson? Erscheine. Zeig dich. Schreib ins Buch. Keith Johnson, erscheine. Schreib ins Buch. Komm raus. Wo bist du? Keith? Wie viel Sanity habe ich noch? Was? Attack? Komm noch, wenn du nicht traust. Muschi. 92. Der saugt nicht so viel, ne? Ne, der saugt ja gar nicht. Er schreibt ins andere Buch. Echt jetzt? Jo. Ja, wirklich? Ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Really? Ja, ich zeig dir das gleich. Ähm, das weg. Ich will dir nur bei den Fotos gucken. Ja, 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 ich mach' ein Poto. So. Weil das Geisterbuch sieht, das sieht man bei mir gar nichts bei dem Bild hier. So. Was auch. Ich hab' von den Fingerabdrücker hab' ich Bild gemacht von der Tür. Haha, drei Sterne. Hab eigentlich von dir ein Bild gemacht. Hier, hier, zwei Geisterbücher, drei Sterne. Ja, aber Geisterbuch seh' ich nicht. Seh' nur das geschriebene Geisterbuch. Hier, unter das Finger. Schmeiner was doppelt ausprobiert? Ich kann nur... Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich dachte, das wär so... Ne, ich wusste... Nein, okay, ich hör' auf, ich hör' auf. Alles cool. Also zwei Geisterbücher, das wusste ich nicht, ey. Hast du... Ich dachte, dass... Hm? Erzähl. Hast du den anderen Fotoapparat wieder mit rausgenommen? Ähm, ja. Gut, weil ich hab' nur noch ein Foto, falls er kommen sollte. Nee, du kannst doch nur noch so und so vier Bilder machen. Drei. Vier, fünf. Ja, klar, wenn die Tür zu ist, hab' ich kein Licht mehr, ja? Stimmt, da war ja was. Wie viele Fotos kann man insgesamt machen? Eins, zwei, drei sind doch noch offen. Fünf sind noch... Alter, der hört nicht zu, ey. Ich hab grad gesagt, drei, vier, fünf. Und dann fragst du ein paar Sekunden später, wie viel kann man einfach noch machen? Drei. Vier, fünf. Alter. Ja, okay. Ja, ja. Ja, aber ich hab' nur noch ein Foto. Ja, schön, mach'n richtiges. Keith, erscheine, komm raus, zeig' dich, wo bist du, komm, Keith, Johnson, wo bist du, erscheine, komm raus, zeig' dich. Dein Xenity ist bestimmt noch, also dein Dings ist bestimmt zu weit oben noch. Heckstein, Heckstein, alles muss versteckt sein. 76, ne? Jetzt geht langsam die rote Linie hoch. Ja, ja, jetzt hab' ich ihn noch pauchen gehört. Ja, ja, so. Pauchen? Ja. War das ein Foto? Oh, ey, Junge, ich such' gerade was anderes. Interaktion, schande. Ja, es war jetzt aber kein Foto-Foto vom Geist. Foto-Foto? Ja, es war nur so'n Foto. Von der Interaktion. Hä? Hä? Bin ich jetzt doof hier? Wollen wir fahren oder wollen wir es noch triggern hier? Ach da. Oh Gott, Entschuldigung, ey. Cool. Äh, hab' ich einen getragen? Können wir ruhig fahren, ne? Ja, ich hab' einen getragen, wir können ruhig fahren. Okay, Digga. Wir können sowieso keiner... Ach so, hier schießt ihr ein Foto vom Geist, das ist ne Quest. Gib mal deine Kamera. Hä? Weiß ich doch, dass das ne Quest ist. Wenn ich sterbe, ich hab' doch nichts zu verlieren. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mit dir hier... Warte, warte, warte. See you later. Alligator. Weiß ich nicht wiederkomme, weißt du? Ja, ja. Hätte, hätte, hätte Hendrik. Keith, ich bin wieder da. It's Photo Session. Kannst du mir ne Flasche Wasser mit hochbringen, wenn du hochkommst? Nö. Bitte. Hm. Ich glaube, ich muss mir das gleich selber einholen. Ich hab' so Durst, ey. Keith. Zeig dich, erscheine. Jetzt. Kann halt... Keith, bist du da? Linie ist voll unten. Keith, bist du da? Keith? Warst du das? Jetzt geht ein bisschen die Linie hoch. Johnson? Zwei. Erscheine. Komm raus. Zeig dich. Wo bist du? Keith, wo bist du? Immer noch auf zwei. Keith. Johnson. Erscheine. Jetzt geht's wieder runter auf null. Zeig dich. Er mag wohl deine Stimme nicht, ey. Der denkt sich auch nicht sehr schon wieder. Zeig dich, Keith. Ja, jetzt geht's wieder auf eins. Wo bist du, du hässlicher Wurm? Oh. Keith. Wo bist du? Wenn ich du wär, wär ich lieber ich. Erscheine. Ja, jetzt geht's wieder runter auf null. Äh, schreib ins Buch, Keith. Gib mir ein Zeichen. Nee, jetzt ist unten. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Hm. Da ist absolut nichts zu machen, ne? Nee, irgendwie... Ja, gut, wir fahren. Der ist ja auf Einzelperson, ich würd' ja sagen, ich komm mit rein, aber der reagiert ja auch so wenig, wenn ich drinnen bin. Ja, ich fahr jetzt, Keith Johnson Junior. Absolut nix. Nee. Äh, du hast ne Senftube. Senftube. Was für ein Senfglas. Was für ein Senfglas. Komm, wir fahren. Ja. Zu mir oder zu dir? Ich hab jetzt... Weiß es. Ich hab jetzt Feierabend, weiß ich. Aha. So, bin ich gespannt. Welcome back. Äh, äh, wir haben den Geistertyp herausgefunden. Wir sind dem Geist nicht während der Jagd entkommen. Wir haben keinen Fotokonkurs geschossen. Wir haben den Bereich nicht mit Räucherstäbchen gereinigt. Dafür haben wir Knochenbeweis gefunden. Das wird mit zwei multipliziert. Und dann kommen wir noch mit 32 Dollar Fotos. Und insgesamt 72 Dollar für den Poltergeist. Na kacke, ey. So, meine Damen und Herren. Das war doch mal eine erfolgreiche Runde. Ohne Feuerzeug, ohne alles, ey. Ohne alles, ja. Ohne Equipment. Das musst du erst mal schaffen, ja. Doppeltes Buch. Jesus.